Da ist kein Weg mehr, da hört es einfach auf. Alter, als ob der mich jetzt halt gesehen hat. Und mich dann halt auch mit einer Knarre einfach tot prügeln kann. Hallo? Aber wo soll ich jetzt hier hin? Jetzt bin ich halt hier. Und jetzt? Ich kann hier ja nicht weiter. Da kann ich nicht rübersp... Hä? Wo soll ich lang? Bis man das mal gesehen hat... Oh! Hä? Hä? Und jetzt? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Als ob der mich da mit einem Schuss erwischt. Alter, was ist denn das? Alter, jetzt spack doch mal Kopfhörer rum. Jetzt höre ich irgendwie auf einem Ohr wieder nichts. Muss ich jetzt erstmal wieder versuchen anzumachen. Ich finde es auch schön, dass das Geländer da irgendwie schusssicher ist. So, jetzt schießt der da lang. Hallo? Bitte was? Alter, im letzten Abschnitt. Ich weiß nicht, was man für Reflexe haben muss, um in diesem Spiel gut zu sein. Aber kein normaler Mensch hat die doch. Warum springe ich jetzt zurück? Ich wollte an die Seite klettern. Alter. Dass man hier wirklich so mit 20 Minuten einzige Ausrastsequenz einbaut in diesem Spiel. Kannst du mir mal nicht erzählen, dass das irgendjemand im Beta-Testen abgesegnet hat? Nein. Hallo? Was soll ich denn da jetzt machen? Als ob! Man sieht halt auch nicht, wo man jetzt erwischt wird, wo nicht! Alter, dieses Spiel ist einfach nur furchtbar. Ich weiß nicht, wie man sowas wirklich verkaufen kann. Also, wenn man schleicht, ist man offenbar immer sicher. Als ob ich halt so langsam bin, dass der mich noch erwischt! Ich weiß nicht, wie man es wird, wo man es wird. Was ist das? Hallo? Juhl? hallo bitte was wie soll ich die denn alle erwischen in der Zeit ich krieg einen angezielt nein, darf ich jetzt von hier wieder anfangen und muss jetzt nicht wieder alles von vorne machen werd ich dem Spiel auch noch zugetraut hallo wenn man einen nicht trifft ich muss immer zweimal schießen um die zu treffen von wo ich sehe ja nicht mal wer auf mich schießt hallo alter, bis ich die da oben überhaupt mal gesehen habe und dass man dann immer noch hier den ganzen Sprungsequenz erstmal wieder machen muss als wäre es noch nicht nervig genug alter, ich kann doch nicht so schnell zielen man muss hier ja wirklich keine Ahnung was für Reflexe haben bis ich einen angeschossen habe haben die mir andere mich schon umgebracht alter, wo bin ich denn überhaupt alter ich kann doch nicht so schnell zielen man muss wirklich mit jedem mit dem ersten Schuss muss man sich immer schon erwischt haben damit man überhaupt eine Chance hat alter, die haben ja wirklich in diesem Level haben sie gedacht ach lass mal alle Sachen die Bricknerven lass die mal alle aneinander schrauben wie ich kann zwei anziehen und abschießen da bin ich tot wenn man ja nicht wirklich in so eine Hektik hier in diesem Level reingeht weil man weiß man hat vielleicht fünf Sekunden Zeit um alle umzubringen Alter, ich brauch drei Schüsse für einen bitte was als ob als ob du jetzt halt wirklich von hier wieder anfangen musst ich hab's gerade geschafft das erste Mal keine Ahnung wie viel versuchen schaff ich's mal und dann hallo hier sehe ich ein Checkpoint da muss ich hin jetzt da muss ich jetzt rüber da muss ich jetzt rüber Alter Alter wie soll ich denn ich treffe ja nicht mal einen als ob ich jetzt auch noch von hier wieder anfangen muss muss ich jetzt ernsthaft jedes Mal wenn ich da scheitere was ich wahrscheinlich jetzt mindestens 30 Mal tun werde muss ich jetzt wieder von hier anfangen Alter wie kann man denn so eine Scheiße entwickeln kann ich mir doch nicht erzählen dass das irgendjemandem Spaß macht so ein Spiel wo man quasi durchgehend am Ausrasten ist und da muss man jetzt auch noch gegen den Kämpfer wenn man eigentlich den Sprung richtig schafft hat man ihn wieder verloren Alter welcher Entwickler hat denn das gespielt hier überhaupt mal kann ich mir doch nicht empfehlen dass irgendein Entwickler hier ernsthaft sich rangesetzt hat und das gespielt hat was er da für eine Scheiße wieder rausgebracht hat dann braucht die halt wirklich immer noch mindestens eine halbe Minute um mal zu dem wieder hinzukommen Hallo ich sehe nichts Nein Alter es macht doch keinen Spaß wenn man halt wirklich einen verfehlt muss man wieder von ganz von vorne anfangen Alter ich bin hier nur noch am verzweifeln mit diesem Spiel es ist jetzt wirklich ich bin eine halbe Stunde an diesem Level dran es ist die ganze Zeit es ist Ausrastteil eigentlich sowas hatte ich hier in dem Spiel glaube ich noch nie höchstens halt wenn man an einer Stelle da irgendwie 20.000 mal scheitert aber wo muss ich überhaupt wo muss ich überhaupt hinschießen ich sehe das ja nicht weil ich nicht mich orientieren kann ohne schon vorher tot zu sein wie soll man sich denn in der Zeit orientieren können bis ich überhaupt mal gesehen habe was ich eigentlich machen muss bin ich schon tot ich habe auch ich habe vor allem auch nicht mal was gesehen ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren um überhaupt zu wissen was ich eigentlich abschießen muss also ich weiß nicht was ich hier tun soll Alter ich schiefe halt einen Millimeter daneben und bin tot ich bin echt ich weiß nicht was ich machen soll in dem Level und wenn man nicht weiß was man machen soll ist es noch erheblich schwerer weil man sich halt erstmal orientieren muss und das geht in der Zeit einfach nicht es ist für normale Menschen nicht möglich dass man in der Zeit in der man da schon tot ist dann quasi rausfindet was man denn überhaupt abschießen muss ich weiß dass ich die drei da oben abschießen muss danach hört es auf dann weiß ich nicht mehr weiter ich kann einen abschießen und bin tot ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr